20 Jahre? Vor 20 Jahren? Ja, da ist Flauder geboren! Ja, vielleicht Flauder ist ein Schmetterling in Aperzöll. Und Flauder ist jetzt eben 20 Jahre schon auf Wege. Und fliegt durch die ganze Schweiz. Und vor 20 Jahren, als wir Flauder gekriegt haben, ist es noch ein Zufall gewesen, dass die Hodenblüten an Melisse zusammengefunden haben. Fein ist es geworden. Und die Leute hatten es gegeben. Aperzöllnerinnen und Aperzöllner, ein ganzes Volk, haben geholfen, das bekannt zu machen. Sie haben den Gotti, Götti, Enkel und die Söhne und Töchter Flauder mitgegeben an die Universität auf Basel und Bern an der Zoe Flauder in die ganze Schweiz bekannt geworden. Ja. In den letzten 20 Jahren haben wir ganz viele feine Flauder entwickelt. Solche, die es Namen gibt, wie ein Wander an den Himmel, und solche, die der Weg gefallen hat. Da ist zum Beispiel Flauder Halderbeeren oder Flauder Minz. Am Anfang 10 Jahren haben wir die Flauder Eisbild gemacht. Die hat schon ein Jubiläum. Und jetzt gerade ist Flauder Jolo auf den Markt gekommen. Juchzen und lass dich kommen tanzen. Wann will man mit? Ja. Und zusammen mit Ihnen, liebe Katrinne Ankalde, da freut man uns, wenn man nachher ganz Lamm an ganz Stech dort in die ganze Schweiz flaudert. Ja.